und weiter geht's mit dem dritten part nach runde 4 die welten werden schwerer ich habe mich nicht bewegen ich bewegen ja bei dir schon noch oder ja du ich habe mich nicht bewegen du hast pause gedrückt ja hab ich drück mal wieder weg es geht nicht ich habe keine ahnung nicht gut es geht wieder ja ich muss vielleicht auch wieder ins fenster reindrücken ja das wäre meine idee ja okay schon sind die technischen Probleme gelöst so sehr gut wird er geht ich bin super cool direkt ich bin super cool die jahre ja das ist auch die Sachen mit einem Lächer der auch ein Stecher da oben ist noch einer das ist das ja ja So, da liegt noch eins. Ich nehme auch eins. Ja, geil. Boah, Messerstecherei. Fail. Ich habe keine Hau. Ich mache einfach. Nein, ich habe mein Messer geworfen. Meine Punkte. Nimm mir das auch mal. Nimm mal den Drogenpilz. Ah, er ist weg. Sterb. Vorsicht nicht, dass du es wirfst. Schnittst du mich auf. Mit geschnitzter Frau sehen. Ich habe nämlich sein Bonussehnen wiederbekommen. Nacktes Fleisch und Blut. Oh, Super Kung Fu. Oh, einfach draufhalten. Man trifft schon irgendwas. Oh, da ist einer. Super Kung Fu Typ. Hey, gib mir. Los, er hat einen Keuler. Er hat einen Keuler. Weg ist er. Was so. Waaah. Mh. Mh. Qua. Du püsst euch. Hä? Hä, du? Ich kann schon mal sagen, du solltest aufpassen und dir ein bisschen Leben sparen. Hier gibt es einen Mini-Boss. Macht nichts. Ich bin zu vermächtig. Die sind, oh, die sind fies. Die verarschen, ja, die verarschen dich nämlich so ein bisschen. Die musst du mit einem Wurf töten, glaube ich. Okay. Okay. Mh. Ernst. So. Bitte. Au. So. I. Wie ein abgestochenes Chocobo. Futter, bitte Futter. Ja. Leif. Die. Nob, 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 nob. Die. Die Däste. So was von. Ist die der Mini-Boss? Ne. Schade. Ich weiß, 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 ich weiß. Ja. Vielleicht dieses Stages ein bisschen länger? Ja. Ja. Leider. Okay. Kommst du wieder? Nein. Du. 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 auf die Schnelle brav Kostmann aus dem Wasser weniger wächst und die können schwimmen ich will wir kommen zu werden Komponente verliebt verdammt Anweserbüro alle abwechslungs das war für die Hälfte die Prokur was ich nicht brauch aber ich bleib ich bleib von dir weg ich hab dir nie was getan das mit dem komm her wo bist du das war alles da der Gag und da ist der Mee-Boss halt, man komm her, gerannt komm mit angerannt komm nochmal angerannt such dir Hobbies nimm das Fleisch wo du stirbst ich bin wahrscheinlich jetzt nicht tot nö mom mom, ok wat, ooo, was warum wirfst du mich auf ich hab' ihn getroffen einmal you, you, you yeah ok, das Leben hab' ich sogar schon erhalten oh Gott, Kung-Fu-Man hinter mir und vor mir ich hab' ihn getroffen was ist das wie vieles finden das ich hab' ihn getroffen ich hab' ihn getroffen ich hab' ihn getroffen ich hab' ihn getroffen aber ich werde nie Erfolg haben die Woche jetzt kommt Kung-Fu-Man und Töte und das ist eine Bombe Oh, das ist ja so special! Ah! Boah! Okay, das aber gut, weil da habe ich jetzt wegen wieder einen. Ja! Und dann noch den Bauch! Was? Du hast nichts zum Werfen, Rieger! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Nicht kuscheln! Nicht mehr! Ha! Der ist, glaub ich, auch tot. Da ist auch einer. Ja, wenn... Deine Super-Faust ist zu kurz. Ich krieg dich! Okay, es sollte kaputt sein. Nee! Noch nicht! Leiser! Ja! Okay, jetzt aber! Fress mein Knie! Omnomnom, Knie! Okay, weiterlaufen. Ich... Die Eckkrabbe bekommt man aus dem Grund, weil man es hier als Einzelspieler richtig scheiße hat, weil... Ähm... Auch als Einzelspieler muss man nicht gegen zwei Börse kämpfen. Okay. Ach ja! Ich nehme schon mal ein Fleischstück, wenn die ran kommen. Nee, ich komme noch nicht ran. Okay. Geh ran. Eins for me! One for me! One for you! Der wirft das gleich! Der wirft das! Du! Scheiße! Ja! Okay. Boss? Nee, noch... Nein! Nein! Nicht noch mal! Ich nicht! Nein! Verhandelt! Oh! Jetzt! Komm! Hahaha! Wow! Ich hab dich! Du Sackgesicht! Okay! Weiter! 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 Weiter auf ihn! Einbrüch! Komm! Gib den Geist auf! Boah! Sollte es gewesen sein, oder? Ja! Ja! Ja, du! Ich bist du! Ich... Geh weg! Okay! Was? Hör! Was wirfst du dir? Was wirfst du dir? Was wirfst du dir nicht? Oh, zack! Nein! Nicht der schon wieder! Boah! Was war das? Kombo-Move! Du kannst die Fackel wegschlagen! Ja! Äh! Wie viel hast denn du noch? Hahaha! Infinite! Super Krüppel, Mann! Oh Gott! Noch einer! Ich! Ich! Das nicht! Ich bin fast tot! Ah! Was? Und da hab ich sie getötet! Okay, ich bin wieder da! Und noch viel mächtiger als vorher! Bist du dort? Ja! Demon King has returned! Boss! Okay! Böse Versionen von dir! Super Fahrzeug! Super Polizei! Hilfst du uns! Was greifen uns jetzt deine bösen Klone an? Ich dachte die hättest du schon beseitigt! Weiß ich nicht! Die war nicht so um, 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 um! Oh Gott! Wirst du nicht auch super? Action! Ja, ich! Super oder schon! Die können auch ein Bild sein! Okay, sehr schön! Super Action! Was auch immer diese Waffe darstellen soll, ist egal! Hauptsache es ist immer schade! Armageddon Garn! Okay! Okay, die haben nicht mehr... Ah! Bitte! Stirb! Aber oh! Okay! Okay! Was? Ah! Ich hab meine besiegt! Ah! Ah! Ich muss auch fast, dass ich dich dich erschlage! Ah! Nein! Ah! Ah! Weißt du was? Ah! Weißt du was? Stimmt! Ja, schlagen die jetzt! Ah wat! Am Anfang von der Weg krieg mir eh immer neues! Okay, dann tötet sie los! Bestimmt! Wer macht ihr die ganze Zeit dieser abgespannten Salto-Move? Machst du das? Ne, nicht mehr! Ich hab auf jeden Fall gemacht, bevor die Ertrag gekommen! Abgespannt! Win! 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 Hahaha! Wir schneiden wieder, bis gleich! Tschüss!